Musik 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 Ja liebe Camper Wer mal Bock hat, hier in Polen auf Panzer mitfahren ist hier glaube ich genau richtig Ich denke das sieht nach einer Menge Spaß aus Musik 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 Kostet Musik Ja, liebe Camper, wir besichtigen jetzt den Bunker Stolpmünde und ist total cool mit Audio Guide und mega cool hier aufgezogen von den Leuten, die das hier betreiben und eintrittsmäßig waren das jetzt 75 Sloty inklusive Audio Guide und Zeit Open End. So lange wie es dauert, dauert und wenn ich hier bis 22 Uhr brauche, dann kann ich das voll in Anspruch nehmen. Okay, los geht's! So, jetzt geht's rein in den Bunker. Der Audio Guide sagt Kopf einziehen. Wir gucken mal was da drin so los ist. Zur Info, dieser Bunker Stolpmünde ist nie in Betrieb gegangen. Wow! Na dann, let's go! So, jetzt geht's rein. 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 So, wir haben jetzt unsere Essenmarken bezogen und holen uns jetzt an der Essenausgabe lecker etwas ab. Erbsen so bestandesgemäß aus der Feldküche mit Holz befeuert. Also selbst für Leute, die militärisch nicht so angehaucht sind, hat das definitiv was sehr idyllisches und Lagerfeuerromantik mit Erbsensuppe gefällt glaube ich jedem. So lässt es sich doch echt aushalten. Das ist so weit. Absolut. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.